Wie geht es mit den Winn-Sinfonikern? Hi, ich heiße Martina und ich bin eine von acht Klarinetten bei den Winn-Sinfonikern. Wie geht es mit den Winn-Sinfonikern? Ich bin zu den Winn-Sinfonikern gegangen, weil ich nach einem jungen Orchester gesucht habe, bei dem das Repertoire über Polka hinausgeht. Wie geht es mit den Winn-Sinfonikern? Bei den Winn-Sinfonikern gefällt mir am besten, dass wir uns selber organisieren und man sich über seinen musikalischen Beitrag hinaus auch im organisatorischen Bereich engagieren kann, wenn man das möchte. Und dann haben wir neben der Musik, die wir machen, auch einen sehr guten Zusammenhalt, der sich zum Beispiel dadurch zeigt, dass wir nach der Probe gerne noch gemeinsam zum Stammtisch gehen.